Alle Videos, Fotos auf diese Tage, ich werde ein Abo machen und eine Koalition zu halten zu Hause, weil diese Tage waren unfassbar gut und ich werde immer mit meinem Herz bleiben. Jetzt ein Moment mit Gänsehaut. 88. Spielminute, Ausrichtung bei Oceano. Sollte ich euch was sagen? Es ist noch einer auf dem Feld, es ist 4,5 Jahre bei uns und es spielt heute zum ersten Mal vor Publikum im schönsten Stadion. Wir freuen uns! Nur auf dem Platz mit der Nummer 2, Matteo! 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 Vorey! Boah, das ist total. Ich habe das auf dem Platz gehört, aber dieses Audio musst du mir schicken, weil ich glaube, dieser Tag wird immer in meinem Herz bleiben. Ich habe zu viel gearbeitet auf diesem Moment und am Ende habe ich das geschafft und ich glaube, jetzt ist Zeit zu weiter kämpfen, Zeit zu weit arbeiten, wie wir jetzt gemacht haben. Und ich glaube, diese neuen Jahre sind wir auf einem sehr guten Weg und dann müssen wir da bleiben. Hast du das bemerkt, dass das ganze Stadion aufgestanden ist? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das gemerkt. Ich glaube, wenn du… Ich hatte nicht der Glück zu spielen vor in Signal Iduna Park mit den ganzen Leuten. Und ja, ich habe gemerkt, das war ein tolles Moment und ich glaube, das war auf jeden Fall der beste Moment auf meiner Karriere. Du hast gerade schon gesagt, wie lange du hart gearbeitet hast. Es sind genau 1015 Tage, mehr als zweieinhalb Jahre. Was hat Edin dir gesagt, als er dich ins Spiel geschickt hat? Ja, er hat zu mir gesagt, dass… Ich habe richtig hart gearbeitet auf diesem Moment. Er hat mich gefragt, ob ich mich erinnere auf die Tage nach der Verletzung, dass er mich im Krankenhaus besucht hat. Und seit diesem Moment war ich schon zweieinhalb Jahre und hat zu mir gesagt, dass ich verdient habe und diese Zeit zu genießen. Und du hast direkt losgelegt, du hättest fast noch ein Tor geschossen. Ja, ich glaube, wenn ich ein Tor geschossen habe, dann wäre das der perfekte Tag auf meinem Leben. Aber am Ende bin ich sehr, sehr glücklich auf dem Platz zu stehen. Wieder mit den Fans im Westfalenstadion, mit Freitagabend drei Punkte zu ziehen. Das ist ein Traum. Und nach dem Spiel habe ich geguckt, so Niki, Süle und Greg, die schubsen dich so ein bisschen vor die Fans. Wolltest du das nicht so richtig? Ja, auf jeden Fall wollte, muss ich ehrlich sagen, dass jede Nacht, wenn ich auf dem Bett gehe, ich habe diese zweieinhalb Jahre gedacht, ich wollte diesen Moment genießen. Und auf jeden Fall, ich wollte mit den Fans feiern. Und ich glaube, alle Videos, Fotos auf diese Tage, ich werde ein Abo machen und eine Kollektion zu halten zu Hause. Weil diese Tage waren unfassbar gut und ich werde immer mit meinem Herz bleiben. Ja, am Ende ist es sehr schön. Ich muss sehr dankbar sein zu allen Fans, zu allen Leuten. Trainer, Spieler, Kollegen, Physio, ich muss zahlen. Ich wurde persönlich dankbar zum Doktor Braun zahlen und Peter Kunt und Dennis Moschel. Mit den drei habe ich sehr viele Tage gearbeitet. Sie hatten viel Geduld mit mir und sie hatten mir richtig gut geholfen. Und ich glaube, es reicht nicht, alle Worte auf der Welt zu danken, was sie für mich gemacht haben. Und ich werde immer dankbar auf das sein. Und ja, ich bin sehr glücklich, dass wir das geschafft haben. Aber ich bin sehr dankbar auf die drei Personen. Ich glaube, die Fans sind auch glücklich, dass du wieder da bist. Ein Fan scheint dich auch am Ende des Videos zu fragen nach deinem Trikot. Stimmt das? Ja, ja, stimmt. Viele Fans hatten zu mir gefragt. Aber ich glaube, dieses Trikot, ich habe auch Zocken und Hosen genommen. Ich glaube, das geht direkt zu Hause. Und ja, ich glaube, auf diesen Tag muss ich mein Trikot halten. Und weil das ist ein besonderes Moment, ein sehr spezielles Moment für mich und für meine Familie. Und ich möchte den Trikot halten. Ja, volles Verständnis. Wir haben nach dem Spiel gesehen. Edin nimmt dich lange in den Arm und spricht auch zu dir. Kannst du uns, willst du uns verraten? Ja, am Ende, ich muss auch dankbar sein mit Edin. Weil ich hatte die Verletzung. Er war schon der Trainer. Hat dann auch viele Dinge passiert. Aber er ist wieder da. Er ist wieder der Trainer. Und er war die ganze Zeit hinter mir. Hat immer mich geholfen. Hat immer gute Worte für mich. Und ja, am Ende muss ich dankbar sein, dass er gestern mich reingebracht hat. Und ja, von jetzt müssen wir wieder oder weiter kämpfen. Und ich glaube, wie habe ich vorher gesagt, wir sind in einem guten Weg. Und haben wir diese neuen Jahre sehr gut gemacht. Weiter kämpfen, hast du völlig recht. Aber nach so einem Moment dürfte man ja normalerweise auch mal ein bisschen kurz feiern. Mit Familie, mit Freunden. Hast du das gemacht oder hast du gesagt, morgen früh ist schon wieder Training? Ja, habe ich, habe ich das genießen auf dem Platz. Zu Hause mit Familie. Ich habe meine Eltern telefoniert auch. Ich glaube, in diesem Moment meine Familie, alle Leute, das hat mich geholfen in dieser Zeit. Das ist gut. Zeit zu genießen. Aber am Ende, das geht weiter. Das war ein langer Weg. Und jetzt müssen wir denken, was kommt. Und das Richtige ist der nächste Schritt. Und dann ist das nächste Wochenende spielen und gewinnen. Wir denken, da hatten wir heute schon trainiert und wir sind fokussiert auf das nächste Spiel. Greifst du jetzt so richtig an? Weil ich meine, auf deiner Position ist mit Thomas Meunier gerade ein Spieler gegangen. Wie siehst du deine Situation jetzt? Ja, am Ende, ich habe auch in Marbella das gesagt. Wir sind drei auf der Position. Julian Gilson, dass er sehr gut gestern gespielt hat nach zwei Monaten Verletzung. Er hat richtig gut gemacht. Marius Wolff und ich. Am Ende, ich habe schon gesagt, ich bin da für die Mannschaft. Ich bin da für die Position, die wir brauchen. Und ich werde immer für diesen Verein alles geben. Letzte Frage. Schaust du dir heute das Spiel nochmal so in Ruhe an oder hast du das schon letzte Nacht gemacht? Ja, ich habe schon gemacht. Diese letzten Minuten, wo ich reinkomme. Aber ich glaube, in den nächsten Tagen werde ich ein paar mehr machen. Ja, ich bin da für heute.